Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Gäste in der Feste Grommage anzunehmen bei G-Feuerfute in Orgrimav. An dieser Position, also bei der Botschaft von Orgrimav, ist die Startquest der Furpeva-Questweihe. Also um sie freizuschalten, habe die Quest auch angenommen. Falls ihr nicht wisst, was die Voraussetzungen sind, kann ich es euch gerne zeigen. Dazu müsst ihr einfach hier dieses Spanner benutzen. Und hier heißt es, verdient den Erfolg die Folldunei, also Folldunei auf Erdfürchtig bringen und den Erfolg Geheimnisse im Sand. Heißt also Folldun durchquesten, beziehungsweise den Hauptquest-Strang von Folldun durchquesten. So, nun zeige ich euch, wo man hin muss. Das ist gar nicht weit. Liege hier nach unten und in dieses Gebäude darf man hineinlaufen. Da bin ich auch schon. Wie ihr seht, sind da ein paar NPCs, die labern mit Bane. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Quest ist abzugeben bei Kiro in Orgrimav. An dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir gerne auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Ich blende euch hier in der Mitte zu einem Abonnier-Knopf ein. Würde mich freuen, wenn ihr den benutzt. Ahit's okay, Ende. Und...